Ja, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Leute, herzlich willkommen zurück zu Bloody Beach 2. Herzlich willkommen im Musikantenstadl. Marcel ist natürlich auch wieder mit dabei. Ich hasse mein Leben. Es ist Nacht. Das heißt, es geht nett, ey. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time, ain't nobody got time, ain't nobody got time for that. Ich glaube, wenn du ihn schlägst, während er versucht zu explodieren, kannst du es ein bisschen aufhalten. Nee. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Halt dein Maul, Mann. Ich will jetzt Zombies verrecken. Oh, ich hab schon ein Rennartfehler. Cool. Ja, juckt mich nicht, Alter. Nur weil du unfähig bist, ein Spiel zu installieren, Alter. Ja, da hast du ein Skelett. Guck mal, Tumms neu geladen. Das hier hat einfach die Render Distance geändert. Ich weiß nicht, ob das das bringt. Immer noch keins. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich hab's gehört schon. Geh, Fatz, Alter. Wen willst du hier ficken, Alter? Komm her, Junge. Komm her, Alter. Hab einen. Da oben sind noch zwei. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr als einen. Ich kümmere mich um den da ganz oben. Ja, hab nochmal zwei. Ja, nice, Digi. Hier ist noch eine Hülle. Oh, oh, guck mal. Hier ist noch eine richtig große Hülle. Hier ist noch eine richtig große Hülle. Zombie-Hufen zu. Ähm, Moment, ich ess mal kurz was. Me too. Oh, guck mal, ich bin voll durchlöchert und du hast nur einen. Okay, ähm. Zeig, wo wer der Profi in Minecraft ist. Ich geh nochmal hier hoch und guck mal, ob ich von hier was sehe. Ja, da unten sind voll viele. Zwei, da, da eins. Ja, ja, aber wir müssen erstmal die Spinne hier loswerden. Ja, und links von uns kommt ein Zombie. Ja, der stört mich nicht so. Pass mal hier runter. Pass einfach nur, dreh dich immer regelmäßig um und pass auf Creeper auf, bitte. Konzentrier dich nicht zu 100% auf einen Gegner. Gut. Hier ist ein Zombie. Mit einer Eisenschaufe. Oh, da ist ein Creeper hinter, da ist ein Creeper hinter. Oh, Leute. Wie viel Leben hast du? Äh, noch gut, noch gut. Ich hab nur ein Herz verloren. Ja, aber Alex, Alex. Ich hab... Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein. Ich bin in Wasser gefallen. Ja, ich hab sie alle. Ach, wenn ich dich nicht hätte, ey. Ey. Aber man regeneriert sich auch sehr schnell. Das stimmt, ja. Sobald man full ist, auf jeden Fall, ja. Ja. Auch hier sind nochmal drei Skelette. Oh Gott. I'm on my way to do you. Loli, die schießen sich gegenseitig ab, weil der eine den anderen getroffen hat. Das ist super. Perfekt. Ich habe zwölf Knochen. Ich hab einen. Okay, ich nehm den da hinten noch mit und dann gehen wir langsam zurück, würde ich sagen. Da kommt ein Creeper von rechts, pass auf. Ich mach das Skelett, kannst du... Oh, hier ist noch ein Creeper bei dir. Okay. Kiekes. Denk die mal ein bisschen von mir ab. Oder von dir, besser gesagt. Low ground, low ground, low ground. Was? Das Ding ist, man muss ja jetzt richtig zielen, wenn man jemanden schlägt, alter. Was ist low ground? Ja, kannst du es nicht? Nee. Nein, klar. Wenn man tiefer steht als ein anderer, macht man mehr schlafen oder so. Ja, nee, man kann ihn auch öfter treffen als der andere. Da sind nochmal drei auf dem Rückweg. Ja, ich muss mich ein bisschen was essen. Und da sind ein paar Schweine. Da sind ein paar Schweine, die können wir auch noch mitnehmen. Und ein Creeper. Da hätt's gedacht. Steffen, vorher der Kleine. Und durch. Von links kommt eine Spinne. Ja, ich kümmere mich um die Schweine. Mach du die Skelette. Du bist besser gerade wieder. Ja. Ja. Oh, Spinner, 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 Spinner. Hinter mir war ein Creeper. Richtig gut gedodged. Sorry. Hinter mir kommt ein paar Sachen. Okay. Ich hab die Schweine. Oh, oh, hinter uns drei. Die leben ganz schön lang, ne? Zurück. Das sieht mir noch nach dem Knochen aus, da. Du bürgst es schön. Hier ist noch ein Fleisch. Ein Stück Fleisch. Das ist noch EP. So, okay. Jetzt können wir uns auf den Weg zurück machen, würde ich mal sagen. Was zurück wollen? Also Angst vor anderen brauchen wir auf jeden Fall nicht haben. Alter, Essen geht ja mega schnell runter, Mann. Digga, du sollst mich nicht besteigen. Du hässliche Mistkröte, Alter. Mixer. Hab ich den einmal mit? Hab ich den im Backpack? Warte mal ganz kurz. Äh, natürlich nicht. Oh, lol. Yo. Wenn der Boy nicht ziehen kann. Wiegt er hier? Ja, einfach außen rumlaufen. Zwei sind da. Ich gehe zur Höhle. Die wir natürlich super zugemacht haben. Ja, ist doch eh keiner auf mich selber. Da juckt es nicht. Ja, klar, aber man sollte sich sowas immer angewöhnen. Spiderschwein, Spiderschwein. Du lösst schön. Ja, Höhle gucken. Hier ist nämlich Eisen. Okay, hier scheint aber nichts weiter zu sein. Kann ja sein, dass da noch was gespawnt ist. Hinter dir, die Spinne. Kommt rein. Ja, ich seh's. Wie der Hund mich ausschließen will. Nee, nee, ich hab nur zugemacht wegen den Viechern. Ja, meine Waffen sind auch bald kaputt. Fleisch. Gebraten. So, ich hab noch Rottenflash. Das wirst du ja so gerne. Auf jeden Fall. Kann man das nicht auch? Ich hab genau 64 Knochen mehr. Nice. Drinks kommen weg. Federn kommen weg. Pfeile kommen weg. Einen Bogen hab ich noch. Seeds. Äh, ja. Seeds kommen ja in BP. Okay. Backpacks. Seeds. So. Wir können das hier gleich noch ausbauen. Ich brauche unseren Eimer. Ich brauche noch einen zweiten Eimer. Kannst du das Fleisch bitte in den oberen Ofen packen? Danke. Aber gerne doch. Also essen brauchen wir erstmal nichts mehr. Der gab mich nervt. Ich hole mal ganz kurz einen zweiten Eimer. Okay. Unendliche Quelle doch. Ja, das ist ultra anstrengend. Hier, du kommst da mal hier entgegen. Yo, 300 Spinnen. 74 Skelette. Gleich bleib mal hier. Äh, sind wir eben in die eine Höhle gegangen? Weil da liegt ne Fackel. Sehe ich so bei Nacht mal. Keine Ahnung. Ne. Das war, glaube ich, die, wo du vorher meintest. So, yo, ey, Diggi. Wo das Wasser runterläuft, ne? Ach ja, stimmt. Da waren wir doch unten. Ja, BP. Dann hier nochmal Eisen haben wir. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, fuck. Hast du essen? Äh, ja. Aber ich bin eh gleich da. Alles gut. Ja. Lalalalalalalala. Alalalalong. Alalalalalalong. Leilong. Long, long, long. Push it. Push it. Oh, man. Okay. So. Angenehmer. Oh, das waren Karotten. Das waren auch Karotten. Wuhu. Ähm. 80 Mal aufs. Jetzt haben wir 6. Obwohl die Karotten. Ich lasse die Karotten erstmal weg, ne? Obwohl das macht ja eh keinen Unterschied, wenn wir das mit Knochen mehr machen. Ja. Du pflanzst, ich, äh, ich besammel. Hahaha. Das ist schon hart, ey. Ein Stack Weizen für ein Deer. Was? Für ein Deer? Na klar. Wir brauchen, also eigentlich muss unsere Farbe ja gar nicht größer sein, sondern wir brauchen eigentlich nur Knochenmehl. Weil das Ding ist, das zieht ja eh nicht, wenn wir weg sind. Weißt du, was ich meine? Ich sag die Tür. Zombie. Ist ja eigentlich schlauer dann einfach nur die kleinen. Ich hab noch 10 Stück. Okay, ich wollte gerade fragen, wie viele Haschen noch. Ich packe das mal kurz in die Kiste, dann kannst du es dir nehmen. Hast du noch Knochenmehl, wenn ja, wo? Ne, ne, gar nicht. Hab's vorher schon angewendet. Wie viel Eisen hast du noch? Ähm, im Backpack ist es Eisen. Achso. Perfekt, dann kann ich mir ein neues Schwert machen. Jo, mach das. So, übrigens hier. So. Ich hab jetzt vier Porkchop, ein Steak und ein Mouton. Louis Vuitton hast du? Genau, ein Louis Vuitton. Ähm. Das kommt weg, das kommt weg. Das behalten wir, das kommt weg. Äh. Nicht die Sticks, das Springpulver kommt auch noch weg. So, ich würde mal sagen. Hier ist schon nochmal eine Chest, ne? Ah. Ja, lass uns in die... Wo haben wir uns nochmal runtergebuddelt? Ein Stück zurück, ne? Dann können wir doch theoretisch... Ja, wo wir eben waren. Da war doch eine Höhle. Da könnten wir theoretisch noch ein paar Skelette finden. So, ja, dann lass mal hier jetzt raus. Ja. Ich weiß nicht, aber nicht, ob sich das noch lohnt. Wie viel Zeit haben wir dann noch? Zehn Minuten stehen noch auf meiner Uhr. Ja, kommt hin. Vielleicht auf jeden Fall noch. Diggi. Hier war das doch, ne? Ja. Können wir dir irgendwie helfen, oder? Nee, nee. Also hier ist ne Höhle. Ja, links. Woher weißt du das? Ja, das sieht man. Achso, das siehst du. Okay, ich dachte, du hast dein X-Fall hier noch an. Du Cheater. Nee. Nee, wir müssen einfach nur hier in Richtung Kiste gehen und dann... Aber ich glaube, das ist nur so eine kleine Einbuchtung. Wo haben wir uns runtergebuddelt? Hier, ne? Nee. Wo haben wir uns runtergebuddelt? Ja, lass mal, während wir draußen sind. Wozu? Wir haben noch mehr... Wir brauchen... Junge! Das bringt uns doch nichts! Einfach mitnehmen! Es bringt uns nichts! Du bringst nichts! Deine Mutter bringt nichts, Alter! Wo waren jetzt diese Kackhöhle, Mann? Hier! Hast du mich... Bist du hinter mir? Also, bist du nicht erst grad. Oh, ist das nervig! Dong, 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 dong. Ja, aber lass nicht da. Sondern hier. Komm. Äh, okay. Marcel! Ja, ich musste zu bauen, du hässlicher Hurensohn! Du hast nicht ab... Biiiiiip! Hier, hier. Ich hab Licht. Ich frage mich halt, warum hier schon direkt offen war, ne? Oh, das sieht doch aus, als hätte ich ihn halt abgebaut. Außer, das war ich mit, wo Gravel abgebaut ist. Das konnte ich nicht aussehen. Das sieht aber schön aus hier. Das ist gelönt. Komm, nicht scheißen. Ja, du farmst das Eis und ich hol mir das Skelett. Okay. Ah, Digga. Ich bin da unten. Digga, Creeper und... I'm on my way down. Pass bitte auf, Alex. Alles gut. Ich lebe. I'm alive. Und hab'n Knochen. Sollen wir mal weiter nach da hinten? Ja, ich folge dir. Wenn du irgendwo hin willst. Komm hier an der Lava vorbei. Bitte schön in die Lava reinlaufen. Damit ein bisschen Action in die Folge kommt. Halt mal deinen Maul, ey. Wir haben schon ein Leben verloren, damit die anderen ausgleichende Scheiße haben. Siehst du das Licht eigentlich auch oder sehe nur ich das? Was für ein Licht? Wenn ich die Fackel in der Hand habe. Wenn ich die Fackel in der Hand habe. Ne, das sehe ich nur du. Okay. Ich hatte das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas ist. Das Ding ist, was witziger wäre, wenn man so nachher mal mit Wallhack oder mit X-Ray guckt. Wenn man dann so sieht. Hm. Geht man da doch mal an. Viele denken jetzt eh, dass ich wirklich X-Ray habe, aber ich habe das nicht. Das war einfach nur ein Grafikfehler. Ja, die Skelette schießen sich wieder gegenseitig ab. Nice, Digi. Okay, ich habe zwei. Achso, Knochen. Ich habe drei Knochen. Da liegt noch einer durch. Ja, perfekt. Dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Arschgesicht. Da ist noch ein Creeper. Pass auf. Au. Ja, perfekt. Skelette wurde gehittet. Und down. Perfekt, nochmal zwei Knochen. Das war es schon, ne? Das ist noch eine Spinne an der Wand. Ja, die juckt nicht. Juckt nicht. An die andere Richtung können wir noch. Oh, läuft. Oh. Ich habe gerade über das Inventar geguckt. Ja, läuft. Aber hier ist auch nichts mehr. Doch, Eisen. Ein bisschen Eisen, ja. Hast du mit deiner Spitzhacke geert noch? Ja, gut, dann. Aber ich glaube... Ein bisschen. Ein bisschen geht sie noch, ja. Ja. Wieder raus? Ja. Das war ja eine... eine richtig lächerliche Ausbeute, ne? Wenn es jetzt nachgewesen wäre schon, dann wäre das natürlich optimal gewesen. Wir müssen doch immer noch im Auge behalten, dass unsere Rüstung auch kaputt geht, ne? Ach, cool. Richtig gut. Was denn? Wir haben ein paar Kühe. Achso, ich dachte, jetzt hätte ich schon ein Feature entdeckt. Lass uns weiterhelfen. Kühe und Schafe. Ja, die helfen uns auf jeden Fall weiter. Essen ist immer gut. Boop. Wo bist du da? Witzig wäre es so, wenn wir uns ein bisschen trennen würden und dann sehe ich einen und dann denke ich so, das bist du und dann renne ich so freundlich auf ihn zu und auf einmal ist das ein anderer. Oh Gott Creeper Alles gut, hab überlebt Alles gut, ich leb noch Du bist schon? Direkt hinter dir Ich sehe dich Ich sehe dich Wann ja, wann ja, wann ja Alter, irgendwo muss doch aber noch irgendwas sein Was wir übersehen haben Mach mal zu, Digga Ah, ich fass dir Die zwei von außen Wahrscheinlich total Du bist ein Spast Ich bin kein Spast Schau dir deinen Was? Ich habe zwölf Knochen mehr Ich wend das gleich mal an Ich hab 15 Ich wend das nicht an Ich denke mal Dias wären am Anfang sowieso am wichtigsten Ja, jeden Ich hab jetzt über Iceheat gemacht Weil wir eh Wir leben, also wir spielen hier noch Jupp Oh, einen habe ich noch Warte, pass auf Cool Also wir haben jetzt Moment, lass mal schnell gucken Backpack Haha, Loser Oh, schnell Also wir haben jetzt 37 Weizen, Alter Ja, aber das geht ja doch recht fix Wir müssen halt wirklich nur die Dinge ins Aber ich hab schon mal einen Bogen Theoretisch kann man die nicht reparieren Wenn man zwei Bögen zusammen in die Workbench passt Ja, perfekt Die Workbench, ich dachte jetzt im Ende Aber gut, was willst du mit einem Bogen im Ende Ich hab zwei Bogen Bögen Ne, ich hab einen Bogen Pfeile sind im Ding Ich hab schon Pfeile 25 Hab ich mir genommen Ja Hm Ja Den Pfeil im Bogen kannst du jetzt in deine rechte Hand legen Ah, okay Dann mit Rechtsklick Perfekt Und wie kann ich's abbrechen? Ja, das ist die gute Frage Oh, du hast den Pfeil aufgesammelt Haha Ja, cool, ne? Ja, perfekt, dann hab ich da mehr Inventarplätze sozusagen, ne? Machen wir mal kurz gucken 58 wie 0 Hast du mir den Pfeil jetzt mal gegeben? Nein, darfst du nicht Sogar zwei Boah, wei So, ja Ich würd' mal sagen Wir fliegen gleich runter, ne? Wir fliegen mal noch ein bisschen Eisen So Ich würd' mal sagen Ach ne Ich lass das hier zu Wir machen jetzt die Wir machen jetzt Schluss Alex, Schluss Ende Hey, wir machen jetzt nicht Schluss Wir gehen jetzt nochmal schön Knochen vor Halt mal deinen Maul jetzt, ja? Danke, dass ihr so geschaut habt Kein Spoilern Kein, äh, Nerven Äh, Tipps und Anregungen Sind wir immer dankbar für Der schielt einfach so, der Typ, ne? Schaut auf jeden Fall nicht bei Alex vorbei Guckt euch auch nicht die Die Zuschauer... äh, ja Die Zuschauerliste, sag ich schon Die Teil... Really? Das zieht ihr Leben ab Ne, ich glaub nicht Schaut euch auf jeden Fall nicht die Teilnehmerliste an Und ansonsten sag ich erstmal Bis zum Land Bis nächstes Mal Danke für die Zuschauer Mit einer positiven Bewertung unter mir Findet ihr dazu andere Videos Besser hin, haut rein Fuah Fuah Ciao Vielen Dank.